Das ist dann das Muster 2 zu I Follow Rivers. Ich zeige es nochmal langsam. Die Akkorde sind jetzt hier nur A-Moll und E-Moll. Wir haben immer einen langen Schlag. Der einzige Aufschlag in dem Takt, der von unten nach oben geht, kommt auf dem letzten Zähler, auf der Und. Und beim Abschlag kann ich dann schon den E-Moll wieder spielen, der genauso gespielt wird. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3 und 4 und. Dann wiederholt sich das wieder mit dem A-Moll. Ich spiele es mal am Stück. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3 und 4 und. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3 und 4 und. Muster 3. Kommt im nächsten Teil.